Ihr habt ja zusammengearbeitet in Darmstadt. Irgendeinen Kontakt noch mal mit Markus Anfang in letzter Zeit gehabt? Wir hatten einmal kurz geschrieben gehabt, aber ansonsten auch nicht. Letztlich gab es jetzt auch keine Berührungspunkte, dass wir irgendwie Kontakt hätten müssen. Dieser tiefe Fall, den er erleben wird, und das ist, glaube ich, erst mal sicher. Es ist ja vielleicht auch noch eine Strafe vom DFB. Vielleicht kann er erst mal kurzzeitig nicht Trainer sein. Also da steht ja alles noch offen. Aber der Image-Schaden an sich, ist der reparabel? Für ihn? Für ihn. Ich dachte jetzt, du meinst erst für Werder Bremen. Da wurde ja auch drüber nachgedacht, weil das auch den Verein mitnimmt. Da ist gar nichts zurückgeblieben, weil letztlich ist dieser Klub ja auch, man muss es so sagen, einfach über Wochen lang von ihm belogen worden, auch die Spieler. Jeder wurde praktisch vor falsche Tatsachen gestellt. Ich bin immer ein großer Freund von zweiten Chancen, immer bei jedem. Und bei Markus Anfang bin ich mir da deshalb nicht ganz sicher, weil dieses Thema in der Gesellschaft so spaltend ist und so hoch gehängt wird und wer dann wissentlich die Leute auf Deutsch gesagt so verarscht und betrügt, seinen Verein, seine Mannschaft und so weiter und sich dann noch am 11.11. in Köln hinstellt und auf einer 2G-Veranstaltung, 2G-Plus-Veranstaltung, der ist für meine Begriffe unbelehrbar. Ich glaube nicht, dass er wiederkommt im Trainergeschäft. Also zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht so russische Liga irgendwo, können ja auch sein. Da ist ja nichts dagegen. Aber ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Ja, ich will aber eigentlich zu Markus Anfang. Vielleicht wäre es besser gewesen, sich nicht rauszuziehen. Ich weiß nicht, wie das anwalttechnisch war. Das kann ich nicht beurteilen. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, von Anfang an zu sagen, Mensch, ich habe den größten Scheiß gebaut. Ey, das tut mir leid und das ist eigentlich auch nicht... Aber das hätten Leute vielleicht dann verstanden. Aber dann kommt ja immer mehr und... Aber jetzt geht es ja erst los. Jetzt geht es ja erst los. Jetzt musst du... Ich habe damals auch wieder nach kurzer Zeit, viel mir schwer, aber wieder rein in die Öffentlichkeit. Wenn Fan-Ansammlungen waren, habe ich erst mal einen großen Bogen gemacht, um nicht irgendwelche Dinge rauszufordern. Und als ich das erste Mal wieder an der Linie gestanden habe, in Dresden, da habe ich auch gedacht, geh mal lieber nicht so dicht ran, wer weiß, was passiert. Du brauchst auch für dich selbst Zeit. Aber auch bei mir hat man gesagt, der wird nie wiederkommen. Bei ihm hat man das auch gesagt, auch noch aus anderen Gründen jetzt natürlich. Aber er hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Aber weißt du, was er jetzt braucht? Olli Kahn hat gesagt, jetzt brauchst du Eier, Junge, jetzt stell dich. Und jetzt musst du dich auch beschimpfen lassen. Du musst dich, auf Deutsch gesagt, bepöbeln lassen. Du musst dich auslachen lassen. Aber vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, wenn du wirklich heiß drauf bist, noch mal zurückzukommen. Und vielleicht, Martin Quast hat es ja gesagt, er ist ein Freund davon für eine zweite Chance. Ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Aber du musst für diese zweite Chance, musst du auch was tun. Man darf die Situation beim Norbert oder bei Markus auch nicht vergleichen, das, was der Martin auch schon gesagt hat. Weil wir haben momentan eine Pandemielage in Deutschland, wo sich nicht nur die gesamte Gesellschaft in Deutschland beschäftigt, sondern weltweit beschäftigt auch. Deswegen ist es ein anderer Fall, eine Entgleisung vom Norbert, als das, was der Martin auch gesagt hat. Wenn man einen Betrug begeht, sozusagen, das wird in der nächsten Zeit sich sicherlich nicht ändern, was die Pandemie angeht. Ich bin auch ein Freund von zweiten Chancen. Aber momentan ist sicherlich nicht die Zeit dafür, gerade in dieser Thematik auch. Es ist auch noch gar kein Urteil gesprochen, auch, was dieses Thema gesamtheitlich angeht. Auch deswegen ist es sicherlich ein ganz anderer Unterschied zu den Themen, die vielleicht, ja, Christoph Daum, hatten wir auch nochmal, Norbert Mayer oder sowas. Ich bin ja bei euch. Aber ich wollte irgendwo meine ganz kleine Lanze auch mal brechen.